Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Hier ist noch ein Video. Es gibt kein 2022 und 2023 irgendwie auch nicht. Deswegen... Ja! Spiele mal den! Es geht auch direkt los. Ich habe das Tutorial mal angemacht, weil ich ein bisschen lost bin. Es kann sein, dass es hier ein bisschen schwammig ist. Deswegen müsste ich... Könnte es sein, dass es... Es ist halt ein Spiel, was jetzt ein bisschen schwammig ist. Ich hoffe mal, das stört jetzt niemanden. Wir gehen mal ans Telefon. Und jetzt hat sich das Spiel aufgegangen. Ah, jetzt geht's. Zeit verfügbare Aufträge. Okay, es gibt diesen Auftrag hier. Das ist ein Saarlem... Ja, es ist auf jeden Fall kein... Es sieht irgendwie nach so einem... Ich weiß nicht, wie das aussieht. Willkommen beim... H-Mechanik Simulator. In diesem Tutorial... Vermitteln wir dir... Grundlagen der Mechanik. Die im Spiel benötigt werden. Auftragsabwicklung. Wechsel von Flüssigkeit. Ölwechsel. Reifenwechsel. Und Wartung des... Rederbein-Kompressors. Ölwechsel. Altes Öl ablassen. Neues. Zusätzliche Aufgaben. Ist irgendwie kein... Auftrag annehmen. Das ist ja erstmal das, was wir sollen... Machen sollen. Leute, ich hab immer noch Husten. Das ähm... Geht irgendwie nicht weg. Hm, ja. So. Nicht wundern. Ich hab irgendwas im Mund genommen. Hm... Öffnen die Motorhaut. Ähm... Ja. Okay. Nicht wundern. Das sieht bei euch... Und bei mir natürlich auch schwammig aus. Ähm... Ja. Es liegt an diesem Spiel. So. Jetzt kann ich das aufdrehen. Ähm... Und... Fülle Flüssigkeit nach. Okay. Soll ich bis oben hin voll machen? Ne. Ich mach's einfach. So. Zack. Ja. Wobei. Einmal rein noch. Und jetzt reicht's. Okay. Dann schreiben sie immer noch. Ne. Jetzt ist... Schließen. Hebel das Auto mit... Der... Auf-Taste... Ähm... An. Okay. Das Auto... Oh. So. Geh zum Ölablass. Ähm... Ja. Wenn ich wüsste wo... Warte. Ölablass. Ach so. Da. Hinten. Äh... Gerät bewegen. Bringe das Öl zu Hebelbühne. Okay. Ähm... So. So. Lassen mit dem Ölablass das alte Öl aus. Ähm... Gerät benutzen. So. Ach so. Ich muss jetzt so Öl entfernen. Mhm. So. Jetzt soll es zurück. Erster Stellplatz. So. Klicke auf die Aufhänge. So. Nimm den Öl... Alten Ölfeld heraus. Ähm... Ach so. Ne. 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 Ich komme dann nicht hin. Ach so. 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 Öffne das Tor-Menü und wechselt zu Montage von Fein. Ach hier. So. Montiere den... Ach so. Jetzt habe ich drauf gedrückt. So. Ölfilter, 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 Ölfilter. Zack. Modus. Ich senke das Auto nun wieder ab. Okay. Jetzt soll ich zum Motor. Ähm... Ne. Lass es. Aufrehen. Fülle Öl. Ich kann leider nicht sehen, wie viel da jetzt drin ist. Okay. Jetzt macht er ein bisschen weiter runter. Ich fülle da mal ein bisschen rein hier. So. Ich glaube das reicht. Klicke auf die Anhängung am Rechten und allem Dings. Ähm... So. Jetzt muss ich das hier so entfernen. Aha. Ja. Gehe zur Reifenmaschine. Dein. So. Gehe zur Reifenmaschine. Wähle im Tortenmenü die Option Reifen abziehen. Reifen... Ne. Reifen abziehen. Wähle im Tortenmenü... Ja. Wähle das Rad zum Abziehen. Ja. Das ist das. Ah. Jetzt wird der Alte... abgezogen. Nehm. 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 Wähle im Tortenmenü die Option Reifen aufhängen. ja ich kann nicht drücken so ich soll hier im top menü so reifen auf den hier jetzt wieder drauf gezogen aha ok Hmmmm. Nee. Ja, geh jetzt rein. Wähle im Ton. Ey. Ey, was? Rauswuchen denn? Ja. Achso. So. Ah. So, jetzt soll ich es wieder nehmen. Hier zum Auto und, achso, jetzt soll ich jetzt wieder zum Auto gehen. Ähm, Montage. Und dran machen. Machen wir das hier einmal dran. Zack. Muss ich das jetzt erst auch bei allen vielen Reifen machen? Ja, ab dann jetzt. So. Aha, jetzt muss ich das jetzt dann raus machen. Was? Das ist übelst verrostet ja alles. Haben die mit dem Auto gemacht, ey. Hier zum Fehlerspanner. Da. Ähm, das soll ich tun. Das. So. So. Dann entferne die Teile. Wähle im Talkenmenü. Äh, die Option verbinden. Ähm. Zack. 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 So, jetzt kann ich die abmachen. Ah. Muss ich das hier wieder drücken. Und jetzt kann ich das hier wieder dran machen. So, zack. Zack. Dann auch das hier, ja. Zack. Und den Reifen. Also hier soll anscheinend kein neuer Reifen dran. So. Öffne das Talkenmenü. Da. Fahrzeug. In. Hier. Wechsel zur Auftrag. Details. Mal was. Auftrag. Details. Ah. Hier. Auftrag beenden. Grundlagen Tutorial abgeschlossen. Weitere Hilfe und detaillierte Infos zu allen Aspekten des Spiels gibt es im Tutorial. Ah. Okay. Ja, Leute. War auf jeden Fall ein geiles Spiel, muss ich sagen. Ähm. Es lädt jetzt hier einmal kurz. So. Es ist bei 80 Prozent. Procent doch. So. Dann warten wir hier noch einmal. Bis es mal in die lädt. Das kann ja noch 100 Jahre dauern, ne. So. Ja. Gut. Dann warten wir halt hier noch eine Elbe Ewigkeit. Ja. Warum steht hier eigentlich schon wieder die ganze Zeit Codierung über Last? Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und Kommentar da. Ähm. noch ein bisschen weiterspielen. Ähm. Also eine Playlist wieder machen. Wir werden das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm. Wie gesagt. Wir können ja hier mal kurz ein bisschen durchgucken. Also ich weiß nicht, was das Spiel sein soll. Ähm. Ich weiß nur, dass es hängt. Ja. So. Hier, hier ist irgendwie, so ne. Irgendwie. Da kann man reingeben. Und dann ist man halt hier drin. Hm. Okay. Okay. Ich würde sagen, aber wie gesagt. Das war's mit dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like. Ja. Dann schaut gerne auf meinen Desktop vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung. Link. Jetzt habt ihr noch einen Traumaufentag. Haut rein und euer Sand. Ciao. Ciao.